Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Sie sind schneller vom Rekruten zum Offizier aufgestiegen als jeder andere in der Geschichte der Navy Aber ich habe noch nie, noch nie jemanden erlebt, der so viel aufs Spiel setzt wie Sie Es ist mir ein Rätsel, was meine Tochter an Ihnen findet Genießen Sie dieses Flottenmanöver, Hopper Es ist vermutlich Ihr Letztes Scheiße, was ist das denn? Sicht ein unbekanntes Objekt Brücke, ich habe nichts auf 237 Schicken wir ein Team raus, um das Ding zu untersuchen Hopper, Ihr Einsatz! Verstanden, Sir Brücken aus dem Wasser und jetzt zum Schiff zurück! Sir, mein Radar ist komplett ausgefahren Machen Sie die Geschützer fahren! Welche Geschützer? Alle